Ich möchte euch bitten, diesem Team die Zustimmung zu geben oder es halt abzulehnen, wenn ihr es möchtet, mit euren Stimmkarten für den BPT. Wer dafür ist, hebt bitte deutlich sichtbar die entsprechende Ja-Karte in blau. Genau, dankeschön. Hebt sie hoch, damit ich sie sehen kann. Dankeschön, ich denke, das ist eindeutig. Damit bin ich raus aus der Rolle. Ich möchte nur eine Bitte noch an die Versammlungsleitung richten. Tut mir einen Gefallen und plant bitte genügend Pausen mit ein. Ich glaube, das ist diesmal sehr, sehr notwendig. Ich habe vielen Dank, viel Spaß beim BPT. So, hallo. Ah, können wir das noch so ein bisschen lauter pegeln vielleicht? Perfekt. Von mir auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen jetzt erstmal noch die Formalien des Bundesparteitags zu Ende. Da kommen wir als erstes zur Wahl eines Wahlleiters. Da gibt es einen Kandidaten, den Rudi. Gibt es weitere Kandidaten? Gut, es gibt anscheinend keine weiteren Kandidaten. Dann kennt ihr das jetzt schon. Auch darüber stimmen wir ab mit den gelben und blauen Stimmkarten. Wer ist dafür, dass Rudi die Wahlleitung mit seinem Team übernimmt? Ja, das ist eindeutig. Rudi, du hast den Job. Okay. Gut, dass du es sagst. So, dann kommen wir erst noch. Laut GO muss ich das Team noch benennen, was hier auf der Bühne sitzt. Also berufe ich hier mit Jürgen Erdmann, Michelle Marsching, Vincent Lübcke, Thomas Gaul, Simone Wagner, Gabriele, Janett Westphal und Pavel Bovodan in das Versammlungsteam. Wenn ihr irgendwelche Sorgen und Nöte habt, helfen die euch da vorne alle gerne weiter. Alles, was mit der AV zu tun hat nachher, gebt ihr hier vorne bei Gabriele ab. Die werden euch alle Fragen beantworten, alle Sorgen und Nöte irgendwie heilen. Das kriegen wir alles hin. Gut, dann kommen wir jetzt zur Wahl des Protokolls. Auch da haben wir Gott sei Dank jemanden gefunden, der es gerne übernehmen würde. Das ist die Isan, die sitzt da hinten. Gibt es weitere Kandidaten, die gerne Protokoll schreiben möchten? Hier, der Pascal. Pascal macht auch mit. Wie teilt sich die Arbeit? Gibt es noch weitere Kandidaten? Niemanden. Dann stimmen wir auch darüber ab. Mit den Ja- und Nein-Karten. Mit den Ja- und Nein-Karten. Und auch das ist angenommen. Herzlichen Dank. Und du hast den Job. Es tut mir leid. Bei einer Nein-Stücke. Bei einer Nein-Stücke. Dann kommen wir zur Feststellung der satzungsgemäßen Ladung. Gibt es Einsprüche gegen die satzungsgemäße Ladung des Bundesparteitages? Dann spreche ich jetzt. Es gibt keine. Dann. Genau. Wir müssen noch darüber abstimmen, ob wir Gäste aufhunde zulassen. Da stimmen wir kurz drüber ab, ob wir auch Gäste zulassen. Aber auch immer wieder die gelben und blauen Stimmkarten. Das ist mehrheitlich Ja. Damit sind Gäste zugelassen. Und dann kommen wir noch über den Beschluss über die Zulassung von Audio- und Videoaufnahmen sowie Streaming. Auch darüber abstimmen wir kurz ab. Auch das ist angenommen. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Redeslot. Ist Lilly irgendwo? Ich habe sie nicht gesehen. Da hinten. Entschuldige. Ich habe dich nicht gesehen. Dann komm hoch. Und du darfst. Liebe Piraten, liebe internationalen Gäste, erst mal danke für die viele Unterstützung, die wir bekommen haben aus dem Inland, aus dem Ausland und die, die jetzt auch da sind. Auch insbesondere danke an Julia, dass sie da ist. Ich möchte gern auf einige Dinge zu sprechen kommen, die in letzter Zeit passiert sind. Ich glaube, wir müssen mal reden, ihr Lieben. Ich würde gern mit den harmloseren Sachen anfangen. Und ihr habt sicherlich schon geraten, worum es geht. Es geht um Europa. Fangen wir mal mit Schweden an. Schweden ist ja so ein wunderbares, nettes Land, wo viele von uns vielleicht gerne auch dauerhaft leben würden. Die schwedischen Piraten, die stehen uns sehr nah. Aber Schweden ist ein Land, wo man ohne die sogenannte Personennummer nicht mal einen Film ausleihen kann. Die Niederlande, unsere toleranten Nachbarn, wie wir immer denken. In Nehmenwegen werden Kameras aufgestellt, und zwar bei Verdacht auf Sozialleistungsbetrug. Da kann man eure Wohnungstür überwachen und schaut dann mal, wer bei euch so ein- und ausgeht, ob ihr vielleicht doch mit jemandem zusammenlebt, was ihr nicht angegeben habt, und so weiter und so fort. Leute, die Probleme machen, können zwangsweise aus ihrer Wohnung weggewiesen werden in ein anderes Stadtviertel, wenn das dort nicht angemessen ist. Da werdet ihr also mal eben sozusagen von oben umgezogen. In Rotterdam würde gerne inkompetenten Müttern die Antibabypille geben, damit sie keine weiteren Kinder bekommen. Die Polizei darf euch zu teure oder unangemessen aussehende Kleidung wegnehmen, wenn sie vermutet, dass ihr euch die gar nicht leisten könnt und sie eventuell gestohlen habt. Was ist mit unserem oft geschlossenen Nachbarn Frankreich? Marseille kennzeichnet Obdachlose mit einem gelben Dreieck. Die Antiterrorgesetze, die erlassen worden sind, sind jetzt der Dauerzustand. Das heißt, der Ausnahmezustand ist dort Normalität. Über Spanien sprachen wir in letzter Zeit auch oft. Ein eher problembehaftetes Land, immer repressiver, die Demonstrationsfreiheit seit Jahren eingeschränkt. Großbritannien wird aus der EU ausscheiden. Aber sprechen wir auch mal darüber. Dort gibt es Null-Stunden-Verträge für Leute, die Sozialleistungen beziehen. Das heißt, sie arbeiten gratis und nehmen dabei noch anderen die Arbeit weg. Zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Das Ganze geht auf Kosten normaler Jobs. Das lebenslange Haftmodell von Großbritannien verstößt gegen Menschenrechte. Das interessiert in Großbritannien aber niemanden. Der Pornofilter, den es dort gibt, wird nicht nur für Pornos angewendet, sondern auch für allgemeines Gewaltmaterial, extremistisches Material, Websites über Essstörungen, Alkohol und Rauchen oder über Esoterik. Der ehemalige Premierminister droht Dicken und Drogenabhängigen, da sie die Gesellschaft schädigen. Eben jener Premierminister sagte, zu lange Zeit waren wir eine tolerante Gesellschaft, die ihren Bürgern gesagt hat, solange ihr euch ans Gesetz haltet, lassen wir euch in Ruhe. Damit ist jetzt Schluss. Arme Menschen können es sich nicht mehr leisten, ihre Unschuld zu beweisen und bekennen sich für schuldig, weil sie die Gerichtskosten sonst nicht tragen können. Terrorjäger stürmen wegen einer Gurke einen Kindergarten. Die Datenbank zu euren Pornogewohnheiten wird ausgebaut, denn an YouTube, Viewporn und andere Seiten kommt ihr jetzt nur noch, wenn ihr euch vorher registrieren lasst. Die Überwachung allgemein in Großbritannien ist auf einem Höchststand. Rein rechnerisch gibt es pro Einwohner zwei Kameras. Und es gibt Gefängnisstrafen, wenn ihr euch weigert, euer Passwort herauszugeben. Bei all dem bin ich noch nicht mal bei Ungarn und Polen und Österreich. Bei Ungarn nur ein Wort, Orban. Zurück zu einem christlichen Europa, das Verfassungsgericht entmachtet, der Umbau des Landes zu einer illiberalen Demokratie. Das Ganze ein Vorbild für eben Polen und Österreich. Im Tagesspiegel stand vor ein paar Tagen, uns fehlt eine kollektive Wehrhaftigkeit. Und damit war nicht Kampfbereitschaft gemeint, wie es manche Parteien so gern verstehen, sondern ein durchsetzungsmähiger Pazifismus, der Wille der Gesellschaft, unsere Werte und Überzeugungen gemeinsam zu verteidigen. Europa als Idee braucht uns, die braucht die Piratenpartei. Heute und morgen wählen wir die, die das für uns in Brüssel und Straßburg übernehmen sollen und damit den Staffelstab von erfolgreichen und damit in dem Sinne auch mächtigen Vorgängern übernehmen werden. Eine von ihnen ist ja heute hier, nämlich Julia. Ihr möchte ich ganz persönlich danken für ihr immenses Engagement, was wir ihr kaum jemals angemessen zurückgeben können. Wir haben eine einmalige Chance und wir alle können jeden Tag etwas gegen die Dinge tun, die ich eben aufgezählt habe und euch nähergebracht. Für wen machen wir das? Wir machen das für Sandras und Daniels Sohn, wir machen das für Samis Enkel, wir machen das für Carstens Kinder, wir machen das für Susannes Tochter, für Sekors Sohn, für Kokos Enkel. Macht euch das immer wieder und jeden Tag bewusst. Gebt es nie auf, euch für Freiheit einzusetzen. Mein Dank und meine Hochachtung an der Stelle, die habt ihr dafür und nicht nur meine, sondern die des gesamten Bundesvorstandes. Ihr seid eben für die Arbeit von Julia aufgestanden und ich möchte euch bitten, das jetzt noch einmal zu machen und zwar für euch und für uns alle, für das, was wir jeden Tag tun und leisten, seit wir in diese Partei eingetreten sind, seit wir uns diesen Ideen angeschlossen haben. Gebt euch einfach mal selber Standing Ovations. Ich danke euch und wählt gut und wählt weise. Danke, Lilly. Erstmal noch eine kleine Ansage, wir brauchen noch Wahlhelfer nachher für die Ausstellungsversammlung. Die mögen sich bitte bei unserem Wahlleiter, dem Rudi, melden, wo auch immer er jetzt gerade ist. Also wenn ihr ihn seht und ihr möchtet helfen, sprecht ihn einfach an. Wir können hier eine helfende Hand gebrauchen. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitags. Das ist im Wesentlichen die Geschäftsordnung, die ihr vom letzten Mal kennt. Wir haben da nichts daran geändert, außer ein paar Begrifflichkeiten klargestellt. Aber wir haben nichts irgendwie geändert, was inhaltlich anders wäre. Da würden wir kurz drüber abstimmen. Auch wieder mit den blauen und den gelben Karten. Das sieht gut aus. Danke schön. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Da gibt es einen Vorschlag, und zwar den Vorschlag von uns, den Jürgen vielleicht mal gerade einblenden kann. Ich muss auf das Blümerbild annehmen drücken. Neben dem Bundesparteitag. Ihr müsstet das jetzt hoffentlich sehen können hinter mir. Gibt es weitere Vorschläge zur Tagesordnung? Ich sehe keinen. Gut, dann stimmen wir auch über diese Tagesordnung noch ab. Wer ist dafür, mit dieser Tagesordnung so zu arbeiten, und wer ist dagegen? Dann ist auch das so angenommen. Dankeschön. Gut, dann haben wir den Formalkram für den Bundesparteitag erstmal abgearbeitet. Und wir würden hiermit den Bundesparteitag 18.1 unterbrechen, bis wir zum Ende der Ausstellungsversammlung kommen. Und würden dann jetzt weitermachen mit der Ausstellungsversammlung. Wenn denn irgendwo der 1V wäre. Carsten. Dein Mikro. Hoch lebe der Formalismus. Mir wäre so, als hätte ich euch vor kurzer Zeit erst begrüßt zum Bundesparteitag. Nun begrüße ich euch zur Ausstellungsversammlung für die Kandidatenaufstellung, für die Kandidatenwahl für das Europaparlament 2019. Herzlich willkommen, wenn Sie mal da. Ich freue mich, dass Sie alle da seid. Großartig. Das ein Studieren der zweiten Eröffnung war wesentlich schwerwiegender als die erste. Aber auch hierfür brauchen wir eine Versammlungsleitung. Gibt es denn ein Team, was ich vorstellen möchte, um die Versammlungsleitung zu übernehmen? Nein. Schade. Ich wünsche euch einen schönen Heimweg. Nein, auch hier steht Florian mit seinem Team zur Verfügung als Versammlungsleiter für die Aufstellungsversammlung. Und ich möchte euch bitten, eure Zustimmung oder Abneigung mit den entsprechenden Karten. Achtung, wir befinden uns jetzt in der Aufstellungsversammlung. Wir üben das jetzt schon mal. Andere Farben, andere Karten. Deutlich darzustellen, indem ihr die Karten hebt. Grün für Jahr. Andere Farben sind völlig unrelevant im Moment. Dankeschön, das ist sehr eindeutig. Florian. Wir machen das jetzt mit hier. Oh, Moment, ja. Wäre es nicht einfacher, du würdest einen anderen Hut aufsetzen? Aber du weißt schon, dass das verdammt warm werden wird, aber es ist okay. Du glaubst doch nicht, dass ich das den ganzen Tag durch anziehe. Das bin ich auch schwer hoffen. Florian, danke für eure Bereitschaft. Ihr übernehmt oder gibt es irgendwelche Stimmen, die das verhindern könnten gerade von eurer Seite? Gut, dann wünsche ich euch allen viel Spaß mit dem Versammlungsteam und herzlich willkommen in der Aufstellungsversammlung. So. Wir machen weiter. Auch hier muss ich laut GO euch die Versammlungshelfenden benennen. Das sind exakt dieselben Leute wie eben schon mein Bundesparteitag. Also wenn da jemand irgendwie Probleme mit jemandem hat, möge er zu mir kommen. Wir klären das dann. So, jetzt brauchen wir einen Wahlleiter, auch hier. Auch da hatte der Rudi seine Bereitschaft erklärt. Wo ist er denn? Ja, irgendwo. Aber der Rudi hat sich auch hier bereit erklärt. Dann ist er halt gerade nicht da, dann machen wir das in Abwesenheit. Wer nicht da ist, hat Pech gehabt. Gut, wir stimmen darüber ab, ob der Rudi, den ihr ja eben schon mal gesehen habt, die Versammlungs-, ach Quatsch, die Wahlleitung machen soll. Genau, die grünen Stimmkarten oder die Liederfarbenen. Alles klar, danke. Dann hat der Rudi hier den Job. Danke euch. Und dann brauchen wir auch hier wieder ein Protokoll. Da haben sich die beiden da hinten auch wieder bereit erklärt. Dann stimmen wir auch darüber kurz wieder ab, wenn es keine weiteren Kandidaten gibt. Gut, dann einmal die Grünen oder ja, Flieder, Lila, sucht es euch aus. Gut, dann habt auch ihr hier den Job. Danke schön. Dann kommen wir, wir sind ja in der AV, da ist das alles etwas formeller. Wir kommen zur Feststellung der satzungsgemäßen Ladung. Gibt es gegen die AV Widersprüche zur satzungsgemäßen Ladung? Auch hier sehe ich keine. Danke schön. Dann stellen wir die satzungsgemäße Ladung fest. Und dann auch hier nochmal der Beschluss über die Zulassung von Gästen. Stimmen wir auch wieder darüber ab, ob wir Gäste zulassen wollen. Auch das ist angenommen. Dankeschön. Und dann stimmen wir nochmal über die Zulassung von Audio, Videoaufnahmen und Streaming ab. Auch das ist angenommen. Dankeschön. So, dann habe ich noch ein paar Hinweise an euch. Einmal, wer an diesen Tischen hier in der Mitte sitzt, wird gefilmt. Möchtet ihr das nicht, habt ihr die Möglichkeit, euch da hinten hinzusetzen. Da sind so Schilder, da steht Privacy-Bereich dran. Da werdet ihr nicht gefilmt, nicht fotografiert, go an nix. Wer hier vorne sitzt in diesen beiden Reihen muss damit rechnen, dass er im Streaming-Bild ist. Werden wir nachher zu Kandidaten-Befragungen kommen, werdet ihr gefilmt. Möchtet ihr das nicht, ist das auch kein Problem. Wir haben dann auf der von uns aus gesehen linken, von euch aus gesehen rechten Seite. Nein, doch auf der anderen Seite, auf der Seite, ein Privacy-Mikro, da werdet ihr, wenn ihr eine Frage stellt, nicht gefilmt an die Kandidaten. Wenn ihr euch eines dieser beiden Mikros hier vorne stellt, dann ist euch bewusst, dort werdet ihr gefilmt. Wie gesagt, wollt ihr das nicht, geht ihr da drüben auf die von mir aus gesehen rechte, von euch aus gesehen linke Seite. Wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, helfen euch die Leute hier vorne auch immer gerne weiter. Und wir haben einen ersten Gewinner, Thomas Kumpf. Ich habe deinen Mitgliedsausweis. Den kannst du hier vorne bei mir abholen, äh, bei Gabriele. Gut, dann kommen wir weiter zu Formalkram. So eine AV ist immer viel Formalkram. Wir brauchen einen Schriftführer und zwei Personen, die neben dem Versammlungsleiter die Versicherung an der Eidestadt gemäß § 32 Absatz 4 Nummer 3 der Europawahlordnung abgeben. Würde sich dazu jemand bereit erklären? Dann kommt doch mal nach vorne, bitte. Könnt ihr doch auch immer noch? Ja? Was? Ja? Was, ja? Du und Maschen. Das macht keinen Sinn. Wir sitzen in der Nähe zusammen. So ein scheiß Polizoll. Komm hoch. Das ist mal eine Unterschrift. Das können doch auch drei sein, oder? Nee, zwei. Zwei oder ein Vertreter. Nee, egal. Kann man so machen. In Formular zwei, zwei und vier. Zwei. Zwei, zwei. Gut. Aber wir sind Versammlungsleitung. Nimm dir doch einen von da. Gut. Gut. Wir mussten nur kurz was klären. Gibt es noch weitere? Wir brauchen zwei. Kommst du auch kurz einmal nach vorne, Bastian, bitte? Ja, Paul. Gut. Dann haben wir schon mal zwei Zeugen. Die Schriftführung kann doch Protokoll sein. Gut. Da vorne ist eine Treppe, da könnt ihr wunderbar hoch. Also die Schriftführung würde die ISAN übernehmen, die auch das Protokoll, das parteiinterne Protokoll schreibt. Und die Zeugen an Eides statt, da haben wir hier zwei Kandidaten. Vielleicht wollt ihr euch kurz mal eben der Versammlung vorstellen. Hallo, Bastian, irgendwas mit Datenschutz. Und ich habe das schon häufiger gemacht mit diesen eilstaatlichen Erklärungen. Das heißt, ich beschädige, dass hier alles ordnungsgemäß gewesen ist. Und damit ist das Amt auch beendet. Okay, und mich kennt ihr auch, Georg, Berlin, Bundesschiedsgericht und Landesschiedsgericht. Jetzt müssen wir doch bestimmt werden. Doch, wir stimmen darüber offen ab. Also es ist eine offene Abstimmung. Gut. Also wenn ihr damit einverstanden seid, dass ISAN die Schriftführung macht und diese beiden die Zeugen gegenüber der Bundeswahlleitung. Bitte einmal die grünen oder fliederfarbenen Stimmkarten. Das sieht ziemlich einstelliger aus. Das ist sehr einstimmig. Nein, da hinten ist eine Gegenstimme. Ihr habt den Job. Dankeschön. Gut. Dann kommen wir zur Frage, ob ein Versammlungsteilnehmer die Mitgliedschaft oder das Wahlrecht eines akkreditierten Piraten bezweifelt. Das ist formal auch so vorgeschrieben. Wenn ich da keinen sehe, der irgendwie Einspruch gegen einen Akkreditierten erhebt, dann ist das auch so. Wunderbar. Dankeschön. Dann kommen wir zum Beschluss über die Geschäftsordnung. Da gibt es einen Vorschlag von uns im Wiki, der sich im Wesentlichen nicht von der des Bundesparteitags unterscheidet. Außer, dass wir halt gewisse Anpassungen gemacht haben, wie Redezeiten für Vorstellende auf zehn Minuten gesetzt haben. Es gibt fünf Fragen an jeden Kandidaten mit der Option, es weiter zu verlängern. Und wir haben das Quorum herabgesenkt für eine Befragung, um einen Minderheitenschutz einzubauen. Es ist nicht mehr eine 50-Prozent-Mehrheit erforderlich für eine Befragung der Kandidaten. Es ist ja nur noch eine Anzahl von 30 Piraten erforderlich für eine Befragung der Kandidaten. Das sind so die wesentlichen Änderungen, die wir eingebaut haben. Gibt es weitere Vorschläge zur Geschäftsordnung? Ich sehe keine. Dann würden wir darüber abstimmen. Auch wieder mit den grünen und fliederfarbenen Stimmkarten. Dann ist die Geschäftsordnung so beschlossen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Tagesordnung der Ausstellungsversammlung, die euch Jürgen jetzt einblendet. Würde ich gerne. Kann er arbeiten. Du musst den kleinen Button da und dann alle Unterpunkte anzeigen. Ihr seht die Tagesordnung für die Aufstellungsversammlung im Hintergrund. Das ist der Vorschlag, den wir gemacht haben in der Vorbereitung. Gibt es einen weiteren Vorschlag zur Tagesordnung der Ausstellungsversammlung? Auch da sehe ich niemanden. Dann stimmen wir auch hier darüber ab. Mit den grünen, fliederfarbenen Stimmkarten. Das sieht auch gut aus. Sie ist auch angenommen. Vielen Dank. Als nächstes die Vorstellungsreihenfolge der Kandidaten zur Ausstellungsversammlung. Wir werden bei Zeiten die Liste schließen. Also demnächst meldet euch bitte noch hier vorne bei Gabriele. Oh, okay. Der Rudi muss vorher noch etwas Wichtiges sagen. Als Wahlleiter für die Aufstellungsversammlung eröffne ich die Kandidatenliste. Bitte tragt euch hier vorne bei Gabriele ein. Ich dachte, die wäre schon auf. Hast du deine Beine oder hast du schon genannt? Muss ich den Namen nicht? Echt? Ja. Alle? Ja. Okay. Das wäre natürlich verbrühter, wenn die mal hier nach vorne kommen. Mhm. Ich habe erst nämlich noch zu wenig. Ja, wir können die erst mal nach vorne holen. Das geht. Gib mir noch mal das Mikro, bitte. Du hast das Mikro. Gut. Ich bitte in dem Zusammenhang auch noch um meine Wahlhelfer. Einmal kurz nach vorne. Einmal habe ich hier für die Kennzeichnung noch mal so ein paar Hawaii-Ketten besorgt. Mal wieder. Und da ich euch benennen muss, bräuchte ich einmal alle sämtlichen Namen. Einmal bitte hier vorne nach links kommen, bitte. Vielen Dank. Das ist ja nicht so weit. Gut. Aber wir können euch ja in der Zeit, wo die Leute sich alle noch eintragen, schon mal ein bisschen was erzählen, wie wir das gleich mit der Vorstellung machen. Einmal die Reihenfolge der Vorstellung. Haben wir uns überlegt, wir werden sie auslosen, um dann niemandem irgendwie einen Vorteil oder einen Nachteil zu verschaffen. Das heißt, sobald die Liste zu ist, machen wir hier ein paar Lose und dann werden wir die Reihenfolge hier vorne auslosen. Jeder Kandidat hat dann zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen und im Anschluss stimmen wir dann darüber ab, ob ihr die Leute befragen möchtet oder halt auch nicht. Und dann könnt ihr fünf Fragen an jeden Kandidaten stellen und dann stimmen wir wieder darüber ab. Das Verfahren kennt ihr eigentlich von den letzten Parteitagen schon. Das Wahlverfahren haben wir uns folgendermaßen überlegt. Also ich erzähle euch das schon mal, weil wir gerade ein bisschen Zeit überbrücken müssen. Wir werden drei Wahlgänge machen. Im ersten Wahlgang werden wir nur darüber abstimmen, wer auf die Liste kommt. Da ist die Reihenfolge völlig irrelevant. In einem zweiten Wahlgang werden wir dann die Reihenfolge der Liste festlegen und in einem dritten Wahlgang werden wir die Liste dann einfach nochmal bestätigen. Aber alles Weitere, wie das genau nachher funktioniert, erzählt euch der Wahlleiter dann noch. Wir bräuchten noch zwei weitere Wahlhelfer. Kommt bitte einmal kurz nach hier vorne links. Wir haben auch ein ganz tolles Wahllokal in dieser Holzhütte. Also top ausgestattet diesmal. Zwei weitere Wahlhelfer bitte. Wenn sich keine finden, dann zwangsverpflichten wir Leute. Also liebe Leute, wenn wir nicht noch zwei Wahlhelfer finden, machen wir nicht weiter. Gut, wir haben zwei gefunden. Das ist sehr schön. Rudi. Das geht mir alle schon wieder viel zu stecken. Das geht mir alle schon wieder viel zu stecken. Das geht mir alle schon wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Liste gebe ich dann auch gleich rüber zum Protokoll. Das ist einmal der Jonas Traub, Michael Pappe, Leonore Enger wird die technische Wahlleitung im Raum übernehmen, Helder Aguir, Thomas Kempf, Corinna Hörster und Lutz Martini. Das sind die Wahlhelfer, die euch nachher im Wahllokal dann begleiten werden. Hat da jemand Einsprüche gegen? Gut, ich sehe, das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Punkte vergeben, damit sich die Reihenfolge besser festlegen lässt. Das macht es etwas gerechter für alle. Dann würden wir diese Wahlordnung noch kurz abstimmen, wenn es da keine Fragen zu gibt. Wenn jemand eine Frage hat, möge er sich zu einem der drei Mikrofone begeben. Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir da kurz drüber ab. Mit den grünen und fliederfarbenen Karten. Super. Dankeschön. Dann haben wir das auch formell beschlossen. Und dann, damit die Leute hier noch ein bisschen Zeit haben, sich einzutragen. Der Wahlleiter hat Zeit, sich zu koordinieren. Machen wir jetzt zehn Minuten Pause. Holt euch was zu trinken. Geht raus an die frische Luft. Es ist wirklich warm hier drin. Bitte trinkt genug und geht auch mal nach draußen an die frische Luft. Wir machen in zehn Minuten weiter. Vielen Dank. 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 Patrick. Vielen Dank. 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 ... sich frisch auf die Liste eintragen. Du bist schon, Patrick, ne? Genau, du nimmst auch gut. Frage, ob auf der Versammlung noch einer will. Soll gut gehen hier nach vorne? Die Kandidaten hier vorne sind dabei, ihre Unterlagen abzugeben. Möchte noch jemand aus der Versammlung heraus, jetzt vorne zu Gabriele Sturm und sein Interesse als Analystenkandidatur bekunden. Jetzt wäre der letztmögliche Zeitpunkt zu kandidieren, richtig. Ich zähle jetzt einfach mal runter bis drei und wenn dann niemand mehr in meinem Gesichtsfeld ist, der kandidieren möchte. Drei, zwei, eins. Achso, eins, zwei, drei. Die Liste ist geschlossen. Danke. So. In der Zwischenzeit üben wir hier oben dann noch das Zählen zusammen mit dem Wahlleiter. Bis drei ist ja auch schwierig. Der bereitet jetzt Lose vor und dann geht sie auch sofort weiter. Das war es. – Das war's. – Und das war's. – Ja. – Da war's. – Das war's. Vielen Dank. 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 So, dann ziehe ich mal ein paar Lose für euch. Der zweite ist... Der dritte ist... Dan... 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 Michael... Dan... 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 Frank... Alexander... Dan... 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 ... Dan... 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 Dan...